Aber nein... Die Frage ist, wo finde ich jetzt so einen komischen Dino, wo ich Leder herbekomme ganz schnell? Ja, dieses andere Fichter, was du schon vorgeklebt hast. Ich habe gesagt, das gibt's am meisten Leder. Ah, Leder und viel Fleisch. Was sehe ich da drüben ein? Erkenne ich jetzt schlecht. Das ist einer mit so einem Kamm auf dem Rücken. Auf dem Kopf? Nee, auf dem Rücken. Ja, ich sehe noch einen auf dem Rücken gerade. Ist das groß, das Vieh? Nö. Ist so einer wie... Ist ein ganz kleiner. Also so ein mittelgroßer, würde ich sagen. Ja, wenn das ein großes Vieh ist, halte ich fern von dem, weil der kräftig auch an und tötet dich. Okay, hier sind kleine Dinos. Hast du dann nämlich auch keine Chance. Kleine Raptoren. Okay, hier werde ich nicht fündig damit. Die Dinos sind keine kleine Raptoren. Nee, das sind... das sind etwas kleinere... Keine Ahnung. Ach, mich stört das nicht. Diese komischen Flügelarm. Ja, nach Centus ist... ich weiß doch nicht, was die... kleine Dinos für mich. Ja, ich habe gerade gefragt, wie die aussehen. Keine Ahnung, sind die mit dem... das sind die Dinos. Wat weiß ich. Wie heißen. Oh. Hauptsache ich weiß, das sind kleiner Dinos. Das ist ein dämlicher Mistköter. Oh, ich höre ihn. Ja, das nervt. Mach da Fernsätze. Nee. Braucht die Frischluft. Ach, brauchst du nicht. Pupst einmal. Ist wieder Frischluft weg. Unser netter Freund, Herr... Nerv mich Dino, ist weg. Ja? Für wie lange? Nee. Das ist ja die Frage. So, Fleisch hält noch für sieben Minuten hier drin, ne? Mhm. So, da hinten ist ein Dino mit Leder. Go go, Flashy! Ja, wenn wir ein Bett da haben, dann ist das nicht so das Problem. Dann können wir den ruhig so oft angreifen, wie wir wollen. Müssen so weg vom Lager bleiben. Naja, das sowieso dann. Dass er das Bett nicht wieder kaputt macht. Der ist hier ein Wichser. Deswegen muss ich leveln und Fundauschen. Alter, wie komm ich mal Fundauschen? Fundauschen lernen. Was denn da bist? Fundauschen lernen. Damit ich mal irgendwo, falls mal außerhalb irgendwas ist, mal irgendwas bauen kann. Hm. Junge, du rennst in den Stein rein und ich töte dich jetzt einfach. Jawoll, danke. Dankeschön. Oh, mein Hedge ist broken. Oh. Hast du gesagt, dass ich denjenigen habe. Das ist möglich. Übelst du das? Du hast da nicht gewonnen. Und du hast da nicht in den tu mówi. Er ist so ein komisches Geräusch. gar nicht im Т's. Machs doch mal. Nö, jetzt schaue das! So ein... das jawohl das noch ein leder dino flaschen unterwegs du kannst eh nicht laufen kam her alter ist er ernsthaft über den stein gelaufen du sausack aber manchmal machen die das sogar ich fühle mich so müde behindert man es nein das sind das sind wirklich raptoren die sind mit diesen etwas größer die zerflaschen gerade mein dino die haben so eine flügel keine ahnung ich bin einfach nicht nah genug kann ich wollte nicht näher ran sie haben einfach mein dino zerfetzt den ich gejagt habe wir können auch im konto angreifen da haben wir auch nicht wirklich die chance ich auch ungern angreifen wir können dann klar dann haben wir chance gib mir ein bogen das zerstört den ja ich um auf dem berg und trotzdem die pfeile ins gesicht aber jetzt immer ins auge glaube ich gar nicht wo wir sind schon bei zwei stunden ja auch egal ich finde es gar momentan gesund ja ich muss heute früh ausmachen okay spät haben wir es denn eigentlich ja wir haben ja aber noch ein bisschen zeit bleibt doch hier die noch ein bisschen haben schade dass nicht so ein messer gibt wo man ein bisschen mehr ausbekommt ist noch einer alter zwei späere hintereinander gebrochen ist nämlich verarschen ich bin einfach weiß was ich gemacht habe ich bin ganz schnell gerannt und im sprung habe ich den so mit dem sperr geboxt das ist geil gefällt mir gefällt mir gefällt mir gefällt oh mein gott ich brauche fiber und riesen dino kacke ich bin glücklich ja wenn man kann man in den reihen ja ich bleib hier ein bisschen schnell fiber hier am strand sammeln wo kommt der kanu denn her jetzt ist auf der anderen seite der wichser du weißt dass da mehrere waren nein da war nur einer der eine am lager der hatte auch ein freund den hatte ich am anfang schon verscheucht sagte ich aber doch aber gesagt da waren zwei nein hast du nicht glauben ja dann habe ich dir nicht zugehört du arsch ja das ist möglich deswegen ja das ist ja auch nichts neues bei mir ich darf das ich habe 50 leder ja dann lass mich gleich ein bett machen warum du weil ich das schon gelernt habe ich habe auch schon simply beds so gar nicht klar ich habe wirklich schon simply beds gelernt warum damit das zur not auch machen kann irgendwo ich bin noch nicht stumm ja aber anstatt das mal sachen zu lernen die wir gebrauchen könnten hätten wir nichts mehr ich habe schon ein paar sachen gelernt die wir die unnötig waren ach so vielleicht auch hätte es eigentlich die mortal und den narkotik lernen können warum weil dann hätten wir narkotik spär machen können hätten wir wir haben noch gesagt dass wir nicht erstmal alles zusammen lernen aber ich könnte jetzt zum beispiel bedtags stellen ich mache doch den nächsten tötet doch schon gerade den nächsten ja was bringt das wenn du nichts weiter lernen kann ich kann erst ab level 10 was kann ich was soll ich denn noch lernen erst mal großartig wir müssen erst mal sammeln 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 ich ja anstatt die sieben welt zu lernen denn hättest du auch was anderes lernen können mortal und wir sind nicht mal level 10 du kriegst noch genug punkte glaubt mir boah flash du kapierst das nicht ne du weißt gar nicht was ich meine wir sind und guck mal wir sind noch level 7 die nächsten dinger kommen die ganz guten kommen erst ab level 10 wieder ja aber wie ich eben schon gesagt haben wir hätten es schon hätten zum narkotisieren sachen machen können dann hätten wir diesen scheiß kano schon längst platt machen können das hast du nachdem ich gesagt habe dass ich es privat hatte jetzt ist es zu spät ich habe aber schon vorher gesagt dass es besser ist dann wenn ich beide das gleiche lerne äh jetzt ist äh 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 ä äh 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 ä 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 Ich bin nicht drauf. Nein. Warum nicht? Dann kommt wieder unser Käpt'n Aha hier. Wenn du auch wieder so blöd bist und dann dahin rennst, wenn du dich angreifst, dann ist das auch kümmern oder das zu sein. Oh, Käpt'n Aha, irgendwo dann. Okay, jetzt dich in der Nähe. Craftable, Craftable, Craftable. Ja, wo ist das denn? Was brauche ich denn noch? Ach, Fiber, brauche ich noch. Fiber und Fetched, ach du Scheiße, wie viel braucht man denn davon? Ja, ne? Guck mal in die Kiste rein, was ich denn eigentlich schon gesammelt habe. Da ist Leder, kann ich gleich zwei machen. Meinst du, ich hab das noch nicht gesammelt? Ich hab doch gesagt, ich brauche nur noch Leder. Äh, was fehlt jetzt noch? Fetched. Kannst du erstmal in dich nächstes Level steigen? Boah. Boah. Ach, Scheiße. Okay. Ne, du müsstest erst eine zweite Foundation ausstellen. Ich glaube nicht, dass wir beide Betten auf eine Foundation drauf kriegen. Ich hab doch gesagt, du sollst keine... Ich hab noch nicht mehr gesagt, dass du zwei machen sollst. Okay, dann mal hier ist eins. Boah. 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 Ich habe jetzt noch... 60 Leder. pl. B devant. meiste ich hier ein feiner ich weiß ja das rein da musst du gleich im bett 1 habe ich gemacht jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen wie kann man denn anpflanzen weißt du das ja ok da brauchen eine farm für ok ja aber wie gesagt versuch mal bitte erst mal dieses akutik zu lernen ja schilder erst mal ja deswegen ja ich weiß nicht warum du dich jetzt gerade darüber aufregst ja wo ich dich kenne ja und dafür immer gleich was anderes lernst als wir benötigen können wir benötigen alles stinke fleisch soll bitte die steine stecken danke schön jetzt repariert er ist man die eine von der ich über die ausstehen ganz schön angeknackst ist also ich sollte muss essen wo sind wir eigentlich gerade hast du noch was ist restliche leder reingetan du hast aber jetzt ein bett schon gebaut oder hat ja dann musst du dann baut du mit dessen bett ich will gerne eine wasserflasche bauen warte mal da ist der flugsaurier jetzt warte mal die sachen die sporen wenn man tot war wenn man tot war warte mal wie brauchst du denn dann brauche ich 88 stückbäune noch können wir selbst schnell ne sache da bin ich nicht fiver habe ich noch genug dann habe ich das habe ich sache ich steig gleich auf aufgestiegen moving speed hätte brossow die mörtel im paste brauchst ja sowieso ja den habe ich gerade stehen hast du gemacht dann mache ich das ding okay habe ich noch drei punkte übrig hast du das ding gebaut mhm kiste oder mir ist es doch da habe ich hingetan ach so das bleibt das stehen okay ich glaube das ist so ein rezept was du gelernt hast das kann sein ich guck mal eben das kann sein ich guck mal eben oh mein gott das kann sein ich guck mal eben nicht kaputt machen ich glaube dem habe ich nicht drinnen auf dem flitsche macht man das jetzt ja ich kann auch nicht verkauft ja dann weiß ich okay man kann man auto options aber mein gott man muss das jedes mal draufklicken okay da braucht man das miet noch ich verstehe jetzt wie es funktioniert okay du hast es in ordner den musste öffnen du musst du gelernt haben kann man sagen ja das bringt mich durcheinander sind das komische mieter warst hatte ich ja schon gesagt vorher zu dir ich möchte jetzt mal erst mal durch fiber habe ich jetzt noch 250 in der tasche foundations erwarte dass man kräft das eben was wollte jetzt noch schweißer bitte viel leder rein ja du musst das leder bei dir haben auch so ein feuer ist hier feuer ist hier noch wasserflasche wäre sinnvoll für beide kraft die zätsch werden davon brauchen boah das ist heftig kann man ihn bewegen ich mach mal den stein wieder weglegen so gemein ne so fleisch 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 noch wieder was essen so die hälfte habe ich mal rausgenommen so wie kann man das ist in der chronik jetzt akrotik jetzt benutzen hier einfach in den inventar ziehen oder was glaubt man auf dem feiern wenn ich weiß das ist jetzt gerade gar nicht auf dem speer meine ich ist nur die frage wie ne hast du alles rausgenommen da jetzt okay ich hätte es vielleicht nicht nutzen sollen also man kann es auf jeden fall nicht auf dem speer sitzen ja du kannst du wirst gleich jetzt mal ohnmächtig also kann es gleich ist mein wann ist die frage schlaf kleiner schlaf ich warte ja schon dass er gleich schläft du kannst direkt am bett respawn du kannst du drauf drücken auf der karte alter mach das mal dann ist das mit dem schlaf mit dem stern an der seite weg wer ist das jetzt gemacht ich bin auf die karte gegangen respawn cool down fünf minuten hast du dann hast du gerade gemacht ne distanz nehmen muss man auf dem bett machen ja komm er macht du es jetzt hier nicht auf dem bett das haben wir gleich das ist hier gemacht da bin ich gespawnt aber hier ist ja cool dann sorry ich spawne jetzt nämlich auf dem anderen ich habe gerade gesehen ich habe meine sachen abgelegt so kommen wir zu einem das geheime ding sehen falls mal irgendwas passiert hast du sachen bei dir ne wo tut er die hin wenn alle respawned ja ich glaube ich habe die mir nicht alle mit eingesammelt wie viel sperre hattest du drei stück ne ach du bist einer du bist einer gar nicht zehnmal essen das kann ich dir drin lassen zehnmal essen ja zehnmal essen war das keine zehnmal essen mehr doch dann ruhig dann ruhig jetzt hier raus dann behalt es da ne ich meine nur ich hatte mir die ausschmerzen rausgeholt da feuer wir müssen generell mal alles zusammenlegen dann kann er die steine mit denen jetzt die zusammenpacken hier ist ja dumm geht nicht wasserflasche soll ich mal etwas rausziehen oder sehr ich hatte müsste irgendwie noch werkzeug gewesen sein ja dann mache ich mir halt neues mein gott wenn du meinst dann mache ich mir neues das fehlt mir fetched ja super was wir mal wieder super wenig haben fetched ja ich weiß habe ich das schon gesagt da wird es wieder mit der faust boxen hier oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020